Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement, viel um die Sporn und für dieses müssen wir zwei Mobs im Tiefenpool auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen. Einmal den Spornrufer Zachach, das ist der Boss hier und wir müssen noch einen Pilz töten und dieser Pilz heißt muss es hit take quasi, also zusammengesetzt aus englischen Wörtern so ein bisschen als Fun. Und dieser Mob ist hier bei Stern und den müssen wir einfach rausholen, indem wir quasi einmal den Klee vom Boss einmal drauf hitten lassen, dann kommt er raus und wird auch angreifbar. Vorher kann man ihn nicht ins Target nehmen, dann portet er sich irgendwie komischerweise in die Mitte, wirbelt da so ein bisschen rum und macht nicht sonderlich viel mehr. Schaut, dass ihr ihn möglichst zügig umboxt und vor allem, dass ihr die Pilze hier ein bisschen handelt, denn wenn ihr den Boss dahinter zieht, könnt ihr natürlich mit dem Cleave diese Pilze nicht clearn und dann werdet ihr vielleicht die Problematik haben, dass ihr zu hoch stackt. Also schaut da ein bisschen, dass ihr die im Auge behaltet, die cleart und dass ihr nicht daran vibet. Ich weiß jetzt nicht, was ist, wenn ihr viben sollt, ob der Pilz dann nochmal da ist, deswegen spielt es dann lieber einmal safe und dann sollte das nicht das Problem sein. Vielleicht nochmal, der Pilz, den ihr rausholen müsst, den ihr nicht targeten könnt, befindet sich hinten links, wenn ihr in den Raum allein läuft, hinten links. Und ja, wir hauen jetzt den Boss noch um und ihr seht, Achievement ist aufgeprockt. Das war es eigentlich mit dem Achievement Guide. Ich hoffe, mit dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich um eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.